Ist der jetzt schon tot? Oder nicht? Scheint so. Hat sie überhaupt ein Gewehr? Ich glaube nicht, ne? Hm. Wurde, muss mal gucken, ob ich irgendwas übersehen hab. Ja, toll. Ich will halt nicht unnötig Munition verschwinden, falls wir hier nochmal so'n Pleppo haben. Äh. Ne, nehmen wir erstmal noch. Das nächste kriegst du schon. Keine Sorge. Ach, ernsthaft. Na klar. Aber gleich wird er aufstehen, ne? Oder ist das der, den wir die da gemacht haben? Eigentlich nicht. Ach, gucke mal. Orgel. Okay, noch einmal. Oh, einer super. Keimiger Sack. Chill, schieß doch auch mal. Okay, der ist dumm. Warte, 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 warte. Ekelhafter Typ. Okay, ich hab's mir überlegt, du kriegst das doch. Das nächste doch nicht. Gibt's da hinten nichts, was wir kriegen können? Ich mein, da liegt halt immer noch einer rum, aber ich weiß halt nicht, ob das ist, den wir schon gelegt haben. Hä? Hä? Ich weiß jetzt nicht, was das Spiel will mit der spannenden Musik. Öh! Okay, jetzt weiß ich, was ich will. Problem ist, mir wird die Muni nicht reichen, glaube ich. Bitte schön, Benner, mach ihn jetzt tot. Oh, danke. Ja, geil. Drei, ganze drei Schuss. Okay. Ich brauch den Penner für den Schlüssel und ich hab keine... Oh, warte mal, doch, hier geht's noch hoch. Alter, ich brauch irgendwo Muni her. Ah, jahu. Ich hab jetzt bloß die Hoffnung, dass da Muni drin ist und nicht irgendein... Ja, toll. Ähm. Hast du noch? Fuck. Ja, er kommt auch so runter. Shit, ey, warte mal. Ich hab jetzt nämlich nicht gesehen, wo ich die Dings hab. Okay. Ich weiß, ich hab die Dings noch, aber die würde ich mir ganz gerne für später aufheben. Aber was wir machen können... Hab ich jetzt zwar nicht so'n Bock, mit der rumzuballern, um ehrlich zu sein, aber... Mir bleibt an der Stand, dass es rüber. Joa, einmal Schlüssel rennen. Also, ich hoffe, dass ich nochmal Möglichkeit kriege. Nein, nicht schon wieder, Alter. Nein. Ja, ganze fünf. Okay, er kommt von da. Ich mein, ich kann sie ja auch mal machen lassen. Ich brauch eine Kurbel. Super. Alter, wo hast du die Dings denn gepackt? Rund da. Ich mein, sie hat auch fast keine Dings mehr, ne? Hot chill. War's das? Jo. Und sie hat auch bloß noch einen. Ach, herrlich. Warte mal, wo... Wir waren schon richtig gewesen, oder? Okay, hier war ja nichts. Ach, die von hier könnten... Kann ja auch nicht sein, weil von hier kamen wir, ja? Oh. Oh. Ach, so. Und ich dachte, wir brauchen da noch eine spezielle Kurbel irgendwie für. Okay, wir haben... Ehen Emblem. Aber das bringt mir ja noch nicht so viel. Ja. Wahrscheinlich noch... Auch ein silbernes oder ein goldenes. Aber wo kriege ich jetzt das andere her? Oder hab ich das schon übersehen? Zurück können wir nicht. Er hat's auch nicht gehabt. Oder hab ich sie hier gar nicht hochgeschickt? Aha. Ich mein, vielleicht müssen wir den gar nicht mal kalt machen. Komm mal zurück. Jill, man, wir haben noch das Emblem. Jetzt komm noch mal zurück. Ernsthaft jetzt... Du wartest jetzt echt da? Jetzt kommst du? Weg, weg. Ja, na klar, na klar. Mann, lass mich weg hier. Ich mein, theoretisch ist doch... Jetzt muss noch warten, Alter. Ich hab keinen Schuss, Mensch. Ich würd da ganz gerne noch mal hin. Einfach mal zu gucken, ob ich jetzt da irgendwas drücken muss. Oder ob das jetzt automatisch geht. Okay. Jill, bist du okay? Ich bin gut. Aber ich habe die meisten meiner Gäste verloren. Die gleiche Gäste. Okay. Töne, einen Weg raus raus. Und ich finde einen Weg, um dich zu treffen. Copy that. Schau dir zurück. Wie? LOL. Der Typ ist halt immer noch da, ne? Okay, ich sag mal so, dann ist es ja nicht so schlimm, wenn wir keine Muni mehr hatten. Bei ihr würde ich gerade auch sagen, ist jetzt nicht so dramatisch. Äh, weil du hast ja eh keinen Schuss. Aber das Ding ist halt immer noch da. Oder ist es ein neues Ding? Ich weiß es nicht. Ist das jetzt mit mir hier unten? Ich meine, vielleicht kann man die... Die Platte sieht halt so komisch aus, als ob man die anheben könnte, vielleicht. Hey. Scheibenwischer? Ach nee, Kurbelblau. Wissen sie. Och nein, das ist ein Käfer. Ah. Okay, das ist blau. Theoretisch sollte hier also auch ein Kurbeldings sein. Ja, toll. Ich meine, ich habe zwar eine Granate. Aber er scheint nicht so krass, Agro zu sein. Also, dass er uns ein bisschen in Ruhe lässt. Aber hier bin ich halt in der Sackgasse. Ich muss dann eben wieder vorbei, ne? Das ist super. Aber ich hätte halt gerne doch eine Waffe. Wenn ich jetzt Kurbelblau habe... Ah, damit mache ich die Türen anscheinend auf. Dann muss ich erst mal rüber zur blauen Platte. Natürlich muss er jetzt hier rumkriechen, weißt du? Und ich finde halt das nicht, wo ich die Kurbel reinpacken muss. Ah. Ähm. Okay, warte. Ja. Nein. Scheiße. Alles für den Arsch. Oh. Okay. Ich dachte, das geht vielleicht ein bisschen schneller. Das ist gut, dass er scheint sich nicht um sie zu kümmern. Oh, hier ist noch enger. Oh, bitte beeil dich. Bitte beeil dich. Bitte beeil dich. Ja, ich bin tot. Okay. Okay, es muss von der anderen Seite sein. Und ich muss... Ich muss mir mehr Zeit nehmen. Ja. Ich bin auch bescheuert. Ich kann ja auch einfach hier draußen rumlaufen, ne? Wenn er kommt. Okay. Okay. Mache ich noch ne Runde? Ich mach mal vor, ich sag mal, das dauert, dass die Ewigkeit, ne? Oh. Okay. Typ. Kommen sie mal mit. Ja, aber ich hab so das Gefühl, es fehlen noch ein paar. Aber wir haben jetzt erstmal Ruhe. Die Sache ist, was brauchen wir jetzt hier? Emblem, ne? Jetzt könnte hier etwas hineinpassen. Okay, Granate, gut und schön, aber... Frage ist halt, wo kriegen wir... Wo kriegen wir den Rest her? Da haben wir mal ne Blendgranate. Ich mein, das wird wieder ne Falle sein. Okay, hier se... Ja, ja, das hab ich vorhin... Das hab ich vorhin übersehen. Hier seh ich ja... Oder kann ich hier ne Kurbel einsetzen? Also, ja. Kann ich, aber wo find ich die jetzt? Hier ist zu. Weil ich dachte, wenn ich jetzt eh ins Aufkurble, dass sich dann Tore auch irgendwie öffnen. Weil das könnten Mühe dauern. Kann ich eigentlich hier hoch? Ne. Äh. Danke. Damit hab ich jetzt null gerechnet, dass die sich da auch verstecken. Und ich hab halt hier... Meine Orientierungssinn ist halt relativ für den Arsch, aber das weiß man ja mittlerweile eigentlich. Kann ich hier auch nicht aufhelfen. Okay, das Ding ist ganz eigentlich kaputt. Okay. Oh, warte mal. Das hab ich ja... Ah, lalala. Okay. Wirkstens Teil davon. Also kann halt sein, dass das bei den anderen genauso machen müssen. Dafür müsste aber erstmal einer kommen und ich müsste die Kurbel finden. Ich kann das, glaub ich, schon mal einsetzen. Drei... Ja, ich wollte grad sagen. Drei Stück brauchen wir insgesamt. Es ist schon wieder einer da, ne? Ja. Aber wo krieg ich diese dämliche... Er ist jetzt da vorne. Also ich schätze nicht mal, dass ich die lila Kurbel brauche. Aber... Dachchen. Okay, das würde es... Okay, jetzt ist er da. Kriegen wir das hin? Ah, okay. Vielleicht kriegen wir sie hierher. Er latscht da hinten rum. Das ist erstmal ganz gut. Natürlich. Warum auch nicht? Da komm ich runter. Da komm ich da hinten hin. Komm ich aber auch wieder hoch. Okay, sie geht schon. Vielleicht auch nicht so... Ich guck mir erstmal hier oben rum. Okay. Scheibenwischer lila. Jawohl. Oder violett. Ich glaube, die Blendgranaten brauche ich gar nicht mal wirklich so sehr, ne? So, hier kommen wir auch in den grünen Abteil. Wäre schön, wenn man gleich mal alles holen könnte. Gehen muss ich später auf jeden Fall nochmal hin. Ich bin ein bisschen zu zeitig da, glaube ich. Ach toll, wir kommen ja doch hier hin. Okay. Egal, lila Kürbel. Jeder Kürbel war da hinten. Die Sache ist bloß... Ist das jetzt wieder so ein normaler Fall, dass ich den zerstören muss? Achso. Ne, hä? Ach, das ist blau. Ah, warte, warte, warte. Warte. Nur hier sehe ich ehrlich gesagt nüscht, wo ich die reinhacken soll. Oh nein, hier sind es zwei? Weil ich in den grünen Bereich gelatscht bin, wa? Hä? Ich hab die dämliche lila Kürbel. Aber da gibt's kein Ding, wo ich sie rein... Ich mein, das ist rot. Wo der andere ist. Der bringt mir ja noch weniger. Ja. Oh. Hä? Wo ist... Oder ist der oben? Warte mal, Jill. Ich glaub wirklich, weil ich im grünen Bereich war, dass ich einen dann getriggert hab. Ähm. Gut, er latscht da rum. Er latscht da rum. Also man kann ihn auch so entkommen. Aber wo zum... Fick ist denn hier das Kuppelgedönse? Ah, okay. Okay. Ja, ja, ja. Wo komm ich denn überhaupt runter? Warte mal, über welchen... Ist jetzt komplett immer rum? Ja, und hier ist zu. Toll. Wie komm ich denn jetzt hier einfach wieder runter? Also ich weiß, kann gut sein, dass wir runter müssen. Ah, okay. So, er ist da. Er ist da. Also ist jetzt an sich, glaub ich, übermäßig schwer, die ganze Geschichte hier. Aber... Kann halt einen Moment dauern. Ey, Blödsack. Äh. Typ. Hä, warum verpieselt sie sich denn jetzt schon wieder? Warum gehst du da weg? Bist du doof? Komm her jetzt hier. Oh, ey. Du hättest doch einfach bloß da warten müssen. Aber weil mich der... Weil mich das Viech angegriffen hat, ne? Also ich hoffe mal... Ich hoffe mal, sie kommt... Äh... Er kommt mit. Ach, Mensch, Frau, Alter. Ja, naja, er müsste erst mal kommen. Obwohl, er kommt jetzt hier rum. Wenn er nicht allzu so da hingemacht. Aber er verpieselt sich schon wieder, Alter. Ey. Typ. Tschüssi. Ja. Okay, sehr schön. Noch einmal das Ganze. Aber erst mal die anderen Dings finden, ne? Zweikäpfiges Lange. So, was haben wir noch? Es ist halt komisch, dass wir noch Rot und Grün haben. Um ehrlich zu sein. Aber Grün habe ich an sich schon getriggert. Also kann ich eigentlich auch den gleich nehmen, ne? Oder kamen wir... Rot kamen wir nicht. Aber bei Rot kann ich hoch. Vielleicht kann ich trotzdem nochmal hier hoch. Okay, da ist aber zu. Ich hoffe, die Viecher machen ja... Ach, hier hatten wir ja die andere Kurbel gefunden. Ich glaube, hier hinten hatten wir nichts. Fragt sich halt bloß jetzt, wo kriegen wir die andere Kurbel? Ah, gut. Vergiss es. Grün. Hey. Aber das Ding ist... Da mussten wir, glaube ich... Ja, Jill auf die eine Seite packen und wir mussten dann auf die andere, ne? Äh, warte mal. Da hinten ist Grün. Muss erstmal wieder bis dahin kommen. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, in der Zeit hole ich ihn mal. Oho. Ah, warte, warte. Ich hoffe, sie hält zu lange durch. Bitte nicht hauen. Lässt er sie in Ruhe? Hallo, Typ. Er hat es anscheinend aber nicht getroffen. Schau mal. Mal gucken hier. Das soll ich ihn nicht verlieren. Das Fiese wird bloß sein, der ganz kleine Raum, den wir da haben. Ansonsten bin ich mit am Arsch. Komm mal mit hier. Und uns darf hier kein komisches Viech aus dem Wasser angreifen. Die Worte. Tschüss. Schön. Alles klar. Den letzten Stellen haben wir. Rot ist mir jetzt zwar immer noch ein bisschen Rätsel. Oder wir sind bei Rot runtergekommen. Ich weiß es nicht genau. Aber mehr bräuchten wir theoretisch ja nicht, ne? Ja, rein damit. Schön. Und da ist es ins nächste Abteil, wollte ich gerade sagen. Im nächsten Abschnitt nehme ich mal an. Ach, schön. Schön, schön, schön. Aber... Okay, hier komme ich nicht runter. Immer noch ohne Waffen. Das ist so ein bisschen... Ich meine... Ja, Lull, wir haben Blendgranaten, aber... Was werde ich mir großartig weiterbringen? Guten Tag. Guten Tag. Oh! Warte, warte, warte. Wo war das? Wo war das? Wo war das? Wo war das? Für mich war das ein paarSD-Kindellen,cut? Das Jahr 2009. F turkey mit Zurich... Oh-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Warum habe ich das Gefühl, das funktioniert so nicht? Weil wir jetzt vielleicht schon was im Hauptspiel kennen. Das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Ich dachte, da lässt sich noch ein bisschen mehr Zeit. Warte mal. Treffen tue ich ihn ja eh nicht. Ich würde mal gucken, ob ich ihn hier irgendwo... Hä? Ich habe Ausweichen gedrückt, Mann. Lass mich erst mal... Lass mich erst mal umgucken hier. Hier von da aus sind wir reingekommen. Ich meine, das ist jetzt in Station hier, so ist es nicht. Aber ich gehe jetzt eigentlich nicht davon aus, dass ich den so kriege. Na? Man sieht schon, dass das nicht springt. Ähm, ja gut. Komm, steh mal auf. Wo hat denn der die Blendgranaten jetzt schon wieder hingepackt, Mann? Boah, älter, du Wichser. Nein, falsche Taste. Scheiße. Hä? Ach komm, Alter. Selbst dann geht das nicht. Also muss ja irgendeinen Clou geben. Den ich aber ehrlich gesagt jetzt noch nicht verstehe, beziehungsweise noch nicht gefunden habe. Also, dass ich ihn irgendwie treffen kann. Lenkgranaten bringen halt auch nichts. Sie nutzt die Granaten. Hä? Ich meine, wir kennen ja das Ende vom Lead. So, ne? Hallo, geh mal aus dem scheiß Menü raus, Mann. Ich kann es jetzt noch nicht verstehen. Okay, ich probiere es jetzt nochmal. Und wenn ich es ehrlich gesagt nicht verstehen sollte, dann ja. Er ist halt zu schnell. Das kommt halt auch manchmal irgendwie in Szene. Aber selbst Rücken und so geht nicht. Das ist... Weiß ich nicht. Ich probiere es auch. Nein, halt. Warum ist es jetzt auf einmal X, Alter? Sonst war es immer Viereck. Oder muss ich halt hier die ganze Zeit nur... So, jetzt wäre Haken da gewesen. Guck mal. Man sieht es ja... Sonst hat es ja auch mal funktioniert von hinten irgendwie. Nicht falsch verstehen? Hat er irgendwas? Er hat nichts. Ich meine, wenn ich mir den letzten Dings mal... Komm, Alter. Weiß ich nicht. Von hinten komme ich nicht an ihn ran. Selbst so geht das nicht. Ich habe ja gedacht, von hinten mal irgendwie annähern oder so. Und ihm dann auf die Fresse geben. Ha! Jetzt ist es immer X oder was. Also, vielleicht muss ich ihn angreifen lassen, dass wir dann rechtzeitig ausweichen. Und dann kann ich was machen. Weil vorhin war ja auch so ein Haken da gewesen. Also, das ist immer, wenn so eine Szene kommt. Oh, Junge. Mann, Junge. Na, hol dich mal. Okay, sie scheint ihn erwischt zu haben. Nee. Ich verstehe es halt nicht. Okay, das war vielleicht doof, sie abzulenken. Ach, komm, Alter. Jetzt ist es auch immer wieder X oder was? Warte mal, ich habe aber eine Idee, wie es vielleicht gehen könnte. Vielleicht wirklich ein bisschen bockig machen. Ganz halt... Aha. Hör auf, immer X und Viereck irgendwie was anderes zu machen, Mann. Also, dass wir wirklich die ganze Zeit auf ihn schießen müssen, bis er bockig wird. Ich kann ja nicht mehr von ihr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 habe gesehen die eine stelle da das wenn es nicht sein muss hätte ich zum beispiel der resi 8 auch gelassen hätte ich es nicht für platin gebraucht so julie dann soll es das gewesen sein ich hoffe ihr hattet spaß mit dem projekt wie gesagt ich fand das hauptspiel so so lala das fand ich hier eigentlich noch mit am schönsten muss ich sagen aber auch wahrscheinlich auch weil es alte resi eins und zwei flares und eigentlich auch drei irgendwo hatte fand ich fand ich schöner hätte ich mir das ganze spiel gerne so gewünscht klar extra actionreichere stellen schon oder wo dann mal auch eine horde kommt aber nicht ständig ja dann ich bin gespannt was beim letzten teil der hauptreihe müsste ja dann sechs sein die mir noch fehlt was da kommt also blöder wie der resi 5 so vom hauptspiel her wird es glaube hoffentlich nicht werden also ich hoffe nicht auch dass es immer nur horde ist ich werde zwar trotzdem spielen aber es ist dann immer so und dann haben wir noch zwei andere teile die ich noch machen wollte wie hießen das jetzt relations 12 die es gibt zwar noch ein paar andere geschichten die nicht zur hauptreihe gehören von resi so outbreak file one file two oder sowas aber das weiß ich nicht wenn wenn es mich mal kitzelt noch ein resi teil zu spielen der noch nicht auf dem kanal ist würde ich das vielleicht angehen aber ich gehe erstmal nicht davon aus dass ich die sachen auch noch bringen werde weil ich weiß bei outbreak file 2 das habe ich mir damals irgendwann gekauft gehabt und das war halt auch nichts anderes wie hier und du hast nur horde gehabt und das war halt so boah und ich glaube das war auch der teil weil ich dachte das würde zur hauptreihe gehören wo ich mir damals als kleider boob sag ich mal geholt habe und war dann so enttäuscht gewesen dass ich da gar nicht mehr weiter von gespielt habe weil ich dachte so in die richtung geht das jetzt ist ja das ist scheiße aber er hat mich ja gott sei dank getäuscht dann soll es das gewesen sein mit resi erst mal und ja dann sehen wir uns morgen zu einem ich glaube etwas ähnlichem wieder ist glaube ich auch so survival horror aber horror aber eher so erst der in die ecke da bin ich mal gespannt was da dann auf uns zu kommen alles klar dann vielen dank fürs zusehen und bis morgen hoffentlich dann